hallo guten morgen heute an silvester punktmittag noch zwölf stunden 2018 heute wet t-shirt contest sich spannend an bei dem wetter aber keine sorge ihr werdet mich oder keine leicht bekleidete frauen im nassen t-shirt sehen sondern ich werde ein feuchtes t-shirt beziehungsweise ein kleidungsstück aus baumwolle vergraben das zeige ich euch jetzt jetzt hier in den zehn zentimetern unseres bodens und jetzt geht es einfach darum wie lang braucht die bodenbiologie ist diese unterhose zersetzt da bin ich jetzt selbst sehr gespannt schon mal wie gesagt jetzt ist 31 12 12 uhr bodentemperaturen sind schon relativ kühl da wird jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten zwei monate passieren aber trotzdem werden wir immer wieder mal reinschauen ich denke das auch wieder zu mit pflanzen so dass wir dann sehen immer wieder schauen können was was passiert ich werde euch da auf dem laufenden halten bis gleich auf dem laufenden halten bis gleich ab ab im ab So, jetzt habe ich das hier verbuddelt, wieder zugepflanzt und damit ich das auch vorher wieder finde, schmeiße ich jetzt einfach noch ein paar nicht zerkleinerte Maisstängel einfach drauf und dreht es ein bisschen fest, dass die hoffentlich nicht davon fliehen beim nächsten Sturm. Und hier oben gehört euch mal, wie die Nase läuft. Und der Fett T-Shirt Contest läuft jetzt auch. Vielleicht kann das der eine oder die andere von euch auch mal nachmachen. Ich denke, das ist ein ganz guter, einfacher Test. Kann jeder für sich dann probieren. Aber jetzt ist das Jahr rum. Ich habe jetzt heute auch keine Lust mehr. Ich versuche das Video noch zu schneiden. Es wird wie immer ein relativ primitives Video werden. Und stelle das dann noch ins Netz nachher. Bis dahin, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2019. Alles Gute, vor allem Gesundheit und alles andere. Die ganzen Vorsätze könnt ihr euch nehmen oder nicht. Die meisten machen es. Gehen sowieso schnell flöten. In diesem Sinne, Gesundheit geht vor. Macht's gut. Bis nächstes Jahr. Euer Michel. Ciao. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020